ja hallo und herzlich willkommen hier bei ls 15 auf der süd hermann version 11.1 zusammen mit dem steve hallo ich bin wirklich ja wir haben in der letzten folge den feedmaster in betrieb genommen und sind jetzt hier am weizen ernten beziehungsweise steve am ernten und ich eigentlich nur umfahren ich gehe mal in den ladewagen holen es ist so fährt er nicht mehr richtig hier äh t äh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, Gott, das für alle da. Nein, nein. Ach ja. Nein, nein, nein. Und dann fangen wir mal an. Welche Arbeitsbreite hast du? Ist ja eingestellt bei GPS. Äh, 12,4. Okay. Okay, danke. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Okay. Okay. Und auf dem gelben Wagen Sitzt der Steve ganz vorn Lustig die Räder drehen Lustig schmettert das Korn Ach ja Warum hat die Folge jetzt auf einmal 4 GB Ich nicht wüsste die Frage Ich auch nicht Ach ja Zwei Bahn noch Steve Ja Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen da Und hoffe ich dass wir uns Morgen wieder sehen Tschüss Tschüss